Wenn es halt minus 10 Grad sind, dann stelle ich mir die Frage, Figur oder Warmhalt? Sind wir ein Bademantel oder sind wir ein richtiger Mann? Das ist, glaube ich, irgendwie falsch, oder? Ne, habe ich das richtig gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Ich bin die Kirby Schneefrau, ja? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Video. Heute ist Teil 3 der Winter Basics. Und ja, Leute, ich habe es gehört, ich habe es verstanden. Ihr wollt dicke, richtig fette, warme Winterjacken, mit denen wir riesig eiskalte Wanderungen machen können und Polarlichter gucken können und wir uns nicht The Pop is abfrieren. Ich habe es verstanden. Heute in Teil 3 geht es um die richtig, richtig, richtig warmen Winterjacken und Mäntel. Ich habe auch nochmal Mäntel mit reingeholt. Ja, schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber tatsächlich bin ich immer noch ein Fan davon, Sachen auch zu layern. Und so wird es mir sowieso warm genug. Aber ich habe auch ein paar richtig krasse Teile dabei, wo ich glaube, die könnt ihr locker auch im Skiurlaub anziehen. Und da würde ich sagen, legen wir los und starten direkt ins Video. Ich habe fünf Modelle dabei. Ja, natürlich freue ich mich über ein Abo, falls du das noch nicht getan hast und dich für Curvy Fashion, Beauty und Lifestyle interessierst, bist du hier genau richtig auf diesem Kanal und solltest jetzt unbedingt den Abo-Knopf drücken, um Teil 4 der Winter Basics nicht zu verpassen. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und ich würde sagen, jetzt geht es aber los. Ich höre auf zu reden und wir schauen uns direkt die erste Jacke an. So, Leute, ich werde heute hier richtig schwitzen, nur um euch die allerwärmsten Winterjacken zu zeigen. Und diese hier, die kennt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr meinen Kanal etwas länger schaut. Die habe ich nämlich jetzt, glaube ich, den dritten Winter, meine ich. Die ist von Loftrope mal gewesen. Ich befürchte, die wird es so nicht mehr geben. Aber wie ihr mich kennt, ich suche euch auf jeden Fall eine Alternative raus. Das hier ist halt der Klassiker an Daunen-Steppjacke, so ungefähr. Und die, also was soll ich zu der Jacke noch sagen? Also ganz ehrlich, die ist halt mega, mega warm, mega kuschelig. Also die ist halt doppelt gefüttert. Man hat auch hier zum Beispiel hier innen drin nochmal so einen engeren Gummizug an den Ärmeln, damit man das halt hier noch ein bisschen besser alles sozusagen halt winddicht bekommt, wenn ihr da jetzt noch Handschuhe anzieht. Die hat einen schönen Reißverschluss. Ich mag halt die goldene Hardware total gerne da dran. Und ja, Sarah zeigt euch tatsächlich eine schwarze Jacke. Das ist unglaublich, aber wahr. Und ich finde, die hat halt eine sehr, sehr gute Länge und ja, trägt sich halt dadurch mega angenehm. Die Kapuze könnt ihr auch abnehmen, wie das, glaube ich, bei den meisten Jacken heutzutage schon fast der Fall ist. Und die hat halt hier noch so einen Kunstfellkragen. Und ja, es ist wirklich Kunstfell. Ich zeige euch heute natürlich hier kein echtes Fell. Ich meine, hallo, ja, das ist alles, alles Kunstfell. Und nein, ihr könnt es nicht durch die Kamera erkennen, dass es doch echtes Fell ist. Diese Diskussion haben wir immer wieder, wenn ich Jacken mit Fellkragen zeige. Und ich achte sehr stark darauf, das ist alles künstlich, okay? So, und ja, die hat dann noch so zwei so Taschen, was ich halt auch mega gut finde. Ich bin ein absoluter Fan von Reißverschlusstaschen, gerade halt an fetten Winterjacken, weil die hat man ja dann doch vielleicht mal an, wenn man irgendwie aktiv im Schnee spazieren geht oder ähnliches oder wenn es regnet und nass ist und kalt und fies. Und dann möchte ich auch, dass in die Taschen halt mir nicht der Regen reinläuft. Ja, so mal ganz platt gesprochen. Ganz grundsätzlich sei noch mal natürlich gesagt, ja, auch ich sehe in solchen fetten Jacken natürlich wie ein kleines Marshmallow-Ballonchen aus. Es ist halt nun mal so. Ich meine, man packt sich halt noch mehr Volumen auf die kurvige Figur drauf. Was man machen kann, ist zum Beispiel mit Gürteln arbeiten. Hier bei dieser Jacke kommt halt direkt ein Gürtel mit dabei. Ich finde, dann kriegt man da halt auch nochmal richtig schön Taille wieder rein. Aber das Allerallerwichtigste, was ich euch letztendlich bei solchen fetten Jacken empfehlen kann, ist so die uralte Styling-Regel. Wenn ihr oben richtig fett und breit macht, macht ihr unten einfach sehr, sehr schmal. Genau, mit dem Gürtel, finde ich, sieht das Ganze schon auf jeden Fall deutlich besser aus. Aber es ist immer noch die Marshmallow-Variante. Aber sagen wir mal so, wenn es halt minus 10 Grad sind, dann stelle ich mir die Frage, Figur oder Warmhalten? Also ich würde für Warmhalten plädieren, definitiv, auf jeden Fall. Und für alles andere halt, was so dazwischen ist, habe ich euch ja jetzt schon genug Alternativen gezeigt, halt in meinem Teil 1 und Teil 2 mit den Mänteln und anderen Jacken und Layern und so weiter. Aber wenn es halt richtig arschkalt ist, ja gut, dann so what, dann pfeife ich auch auf meine Figur. Als zweites möchte ich euch noch einen weiteren Trend zeigen, wo ich auch jetzt mal gespannt bin, wie ihr es persönlich findet. Und zwar das Teddy-Fell beziehungsweise Teddy-Mantel-Jacken-Optik, whatever, weil letztendlich Fell ist es ja hier an der Stelle auch wiederum nicht. Diese Jacken sind tatsächlich seit sehr, sehr vielen Jahren jetzt Trend und ich habe auch eher so kürzere Jäckchen, die man vielleicht eher so als Cardigan-Ersatz tragen kann. Aber ich habe auch wiederum mal bei Amazon gestöbert und habe tatsächlich bei deren Eigenmarke Feind wieder echt coole Sachen gefunden. Da sind jetzt auf jeden Fall insgesamt noch mal vier Modelle dabei, die ich gerade frisch rausgepickt habe für euch. Und da ist auch dieser Teddy-Mantel dabei. Das ist wieder so vom Schnitt her Modell, sind wir ein Bademantel oder sind wir ein richtiger Mantel? Und auch ich gestehe, das sage ich euch ja immer offen und ehrlich, ich bin skeptisch bei dem Teil. Aber irgendwie, es ist halt so kuschelig. Aber natürlich ist auch bei einer schlanken Frau, ich habe es zum Beispiel jetzt zuletzt, also erst gestern oder heute noch in der Story von der Leonie Hanne gesehen, falls ihr sie nicht kennt, es ist eine Instagramerin relativ bekannt und sehr, 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 sehr schmale Figur. Und bei ihr ist es auch so, wenn sie so einen Teddy-Mantel anzieht, sie sieht halt so aus, als ob sie jetzt, keine Ahnung, plötzlich eine Plus Size wäre, ja. Das ist halt, diese Stoffe sind natürlich einfach halt sehr, sehr voluminös. Da kann man jetzt sicherlich sagen, nein, das darfst du nicht machen als Curvy oder Plus Size, dann siehst du ja schlimm aus. Ja, aber wer definiert denn, was halt schlimm aussieht? Und das ist halt so auch meine persönliche Meinung. Es geht ja dann tatsächlich auch im Winter darum, dass es einem warm ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, boah, erst mal dieser Mantel, der ist so schwer. Der ist so schwer. Man denkt halt direkt so, also man merkt halt, da ist richtig, richtig viel dicker Stoff verbaut worden. Und der ist auch wirklich richtig, richtig schön plustrig. Also es ist einfach mega geil, ja. Also er hat halt auch ein schönes Innenfutter, aber es ist gefüttert, das merkt man auch. Und der hat zum Beispiel jetzt hier innen drin noch so einen Haken. Also der hat jetzt hier in dem Falle so eine Doppelreihe. Aber ich muss sagen, irgendwie finde ich den schon geil. Also lasst mich halt mal echt, wie habe ich das denn jetzt gesagt? Das ist glaube ich irgendwie falsch, oder? Nee, habe ich richtig gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Das ist so rum richtig. Egal. Also ich versuche hier gerade irgendwie klar zu kommen. Und währenddessen würde es mich halt wirklich sehr, sehr interessieren, ob ihr halt für Teddy seid oder eher so dagegen. Ich tue mich irgendwie trotzdem immer noch schwer, muss ich gestehen. Also der hier hat halt jetzt wirklich so Variante Bademantel, so vom Schnitt, auch mit dem Gürtelchen und so. Hat halt hier seitliche Taschen, aber irgendwie finde ich den geil. Irgendwie finde ich, ist das ein Statement. Und ich glaube auch, wenn es jetzt richtig arschfies, kalt, windig ist, noch ein fetter Schal dazu. Das mache ich jetzt nicht. Bitte seht es mir nach, weil ich gehe jetzt schon gabott hier. Dann, also kalt wird mir da drin bestimmt nicht. Das ist halt der absolute Burner. Und noch dazu ist dieser Mantel jetzt halt gerade ein richtiger Schnapper. Der kostet nämlich jetzt gerade in meiner Größe 44, habe ich den bestellt, den gibt es aber auch noch in 46. In 44 kostet er da aber gerade nur rund 17 Euro ein paar zerquetschte. Ich weiß nicht, ob das irgendein Konstruktionsfehler ist oder so. Weil da kleiner und größer kostet er deutlich mehr. Also roundabout 40 Euro. Was ich jetzt aber für so einen Mantel auch immer noch nicht wirklich viel finde, muss man sagen. Aber ja, auch ich verstehe nicht, warum die Preise so unterschiedlich sind bei Amazon. Und ihr hattet mich auch mal gefragt, woran erkennt man denn, ob ein Mantel halt richtig passt. Und es gibt auf jeden Fall immer ein Indiz. Das kommt aber natürlich auch ein bisschen auf den Schnitt des Mantels an. Und zwar ist das, wo sitzt die Schulterpartie. Also hier ist meine Schulter zu Ende. Ja, hier. Und genau da sollte auch die Naht sitzen, letztendlich wo der Ärmel beginnt. Weil das ist so das Indiz, okay, der passt euch auch wirklich. Ich habe jetzt, falls ihr das wissen wollt, eine Schulterbreite von, ich glaube, 43 cm ungefähr. Dann könnt ihr euch das vielleicht mal so ein bisschen kurz vorstellen. Das ist auf jeden Fall dann das richtige Maß, sage ich mal, um zu testen, ist der mir jetzt zu groß, ist er mir zu klein. Passt er, passt er nicht. Und natürlich halt auch, ob er hinten spannt. Das ist auch so ein Klassiker. Aber ansonsten, irgendwie finde ich den cool. Stimmt mal bitte ab. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, ob Teddy-Mantel yay oder nee. Und hier sind wir beim nächsten Mantel-Modell von Feind. Kostet aktuell rund about 60 Euro. Oh mein Gott, ey. Der kostet um den Dreh 60 Euro. Also 58 paar zerquetschte. Und das ist nochmal so ein fashionable Mantel. Ja, so ein bisschen mehr high fashion. Aber ich finde den auch wirklich wunderschön. Und ganz generell bin ich eh ein Fan von langen Mändeln. Obwohl ich ja relativ klein bin mit nur 1,64 m. Das ist mir aber scheißegal, ja. Da ziehe ich lieber eine kleine Hacke an und mache mich ein bisschen größer. Und kann dann auch ganz gerne einen langen Mantel tragen. Ich glaube, das ist einfach eine Sache des persönlichen Selbstbewusstseins. Da solltet ihr euch keine Vorschriften machen, ob ihr jetzt lange kurze Mantel-Whatever tragt. Und ja, ich finde den auch sehr, sehr, sehr schön. Alleine von den Farben her. Das mag ich halt total gerne. Das ist ein bisschen was Freshes und Fröhliches für den Winter. Es ist zwar relativ dezent so vom Muster her und von den Farben, aber ist auf jeden Fall ein Hinguckermantel. Und ganz generell, wenn ihr halt das Gefühl habt, euer Winteroutfit wird euch zu voluminös, was ihr halt immer machen könnt, ist natürlich unten drunter relativ schmal gehen. Ich habe jetzt heute zwar eine Mom-Jeans an, aber natürlich halt, wenn ihr eine Skinny oder sowas anzieht oder halt auch, sage ich mal, ein Kleidchen und da drunter halt eine Thermoleggins oder Strumpfhose und ein schmales Bein macht, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr oben sehr, sehr voluminös seid. Das könnt ihr ganz gut damit ausgleichen. Das ist immer die gleiche Regel. Oben breit, unten schmal. Unten breit, oben schmal. Das ist eigentlich so die absolute Fashion-Regel, die ihr für alles eigentlich anwenden könnt. Und der hier ist jetzt nicht ganz so dick gefüttert, aber er ist leicht gefüttert. Es ist auf jeden Fall eher so ein etwas leichterer Mantel, aber auch, wie ich das in meinem ersten Video gesagt habe, bei dem Wetter, was wir hier in Deutschland haben, also zumindest hier bei mir in NRW, reicht mir so jetzt aus. Das nächste Jacken-Mantel-Modell, da kann man sich jetzt streiten, ist es schon ein Mantel oder ist es noch eine Jacke, ist tatsächlich der klassische Parka. Das ist auch natürlich ein super beliebtes Modell, kommt halt ursprünglich so aus diesem Military-Style, aber der Parka ist natürlich halt ein Modell, ein Jackenmodell, das auf jeden Fall sehr, sehr gut geht. Auch gerade für uns Curvys, weil die meistens sehr tailliert geschnitten sind, oft auch noch so einen Gummizug in der Mitte haben oder ein Gürtelchen. Und von daher ist das natürlich für unsere Figuren auf jeden Fall eine sehr, sehr feine Sache. Der hatte natürlich auch relativ viele Taschen und auch wieder eine Kapuze und ich habe jetzt hier das erste Mal etwas von der Marke Only Karma Coma ausgesucht. Das ist die Curv-Marke, Label von Only, so wie ich das bisher verstanden habe. Und da habe ich dieses Modell hier entdeckt und dachte mir so, boah, bist du schön! Ich muss diese Jacke, also diesen Parka unbedingt ausprobieren. Und ihr merkt halt auch direkt, es ist ein ganz, ganz anderes Material, das ist ein anderer Stoff. Der ist richtig schön dick gefüttert. Das sieht man hier innen mit diesem schönen Stepp auch und ist auf jeden Fall richtig, richtig warm. Also ganz ehrlich, tolle Sache. Dann habt ihr natürlich einen sehr, sehr langen Reißverschluss. Ich bin mir tatsächlich am überlegen, ob ich mir den auch mal eine Nummer kleiner bestelle. Ich habe jetzt eine Größe M genommen. Wichtig bei den Marken, also das sehe ich jetzt öfter schon bei Plus-Size-Marken, die haben dann halt nochmal von S bis XL, aber dann ist M jetzt in dem Falle zum Beispiel, glaube ich, eine 44-46 oder eine 46-48. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich schreibe euch das einfach nochmal gerade hier rein, was jetzt in meinem Fall tatsächlich besser wäre, weil ich glaube, dass der mir tatsächlich ein Ticken zu groß ist. Also ich bin mir da ein bisschen unschlüssig, aber gut. Auf jeden Fall finde ich den wirklich mega warm und mega schön. Also allein auch diese Farbe, den gibt es aber auch in anderen Farben. Der hat dann hier nochmal so auch quasi halt so einen doppelten Ärmel sozusagen, wo das hier ein bisschen enger geht, damit da auch kein Wind und Regen und alles reinkommt. Und auch, wie gesagt, halt eine schöne, fluffige Kapuze. Damit kann ich auf jeden Fall lange Winterspaziergänge mit den Schnuppis machen. Ich glaube aber, hier ist jetzt die Kapuze fest verbaut. Oh Gott, ich muss gerade nochmal gucken. Moment. Ja, die Kapuze ist fest verbaut, aber den Fellkragen könntet ihr abnehmen. Wobei ich persönlich finde, dass das halt echt hübsch aussieht. Ich glaube, zum Vergleich würde ich mir den tatsächlich einmal eine Nummer kleiner bestellen, um zu gucken, ob der nicht kleiner ein bisschen besser ist. Aber auf jeden Fall finde ich den wirklich richtig super. Auch eine sehr spannende Marke, muss ich sagen. Ich finde, die haben tolle Sachen bei Amazon. Schaut da einfach ganz gerne mal vorbei. Und wie gesagt, der hat halt Reißverschluss und auch nochmal Druckknöpfe, damit ihr auf jeden Fall richtig, richtig safe seid für den Winter. Und ich finde die Farbe einfach nur genial. Das ist halt so einfach. Ich bin die Curvy Schneefrau, ja? Und ich finde, der sieht dann dazu auch tatsächlich noch richtig, richtig fashionmäßig aus. Also ihr seht, da gibt es auf jeden Fall genug Auswahl. Und ja, natürlich, klar, ich sehe halt aus wie so ein kleiner Schneeballballon. So what? Who cares? Kommen wir noch zur letzten Jacke. Und das ist auch die teuerste. Und puh, die ist auch ganz schön warm, diese Jacke. Auf jeden Fall ist das so eine Art, tatsächlich so diese Piloten-Fliegerjacken-Style. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die ja mega cool. Die gibt es auch jedes Jahr wieder bei Zara, Mango & Co. Sieht man die immer, immer wieder. Oder auch bei Naked zum Beispiel. Ich habe jetzt hier eine 42 bestellt. Größer gibt es die leider nicht. Mir passt die 42 aber. Ich würde behaupten, an den Ärmeln sitzt sie ein kleines bisschen eng. Aber das liegt halt auch daran, seht ihr dieses Fell. Also es ist auch wieder alles Kunst. Ich habe extra nochmal geschaut. Es ist aber alles Kunst-Fell. Und das ist halt, und auch Kunstleder natürlich. Aber hier, tut die komplett die gefüttert. Das sind die Taschen übrigens. Da brauche ich halt aber auch keinen dicken Pullover mehr drunter. Da würde ich jetzt am liebsten tatsächlich nur so einen Longsleeve oder irgendwas drunter anziehen, weil die echt sowas von warm ist. Die ist halt hinten auch so leicht oversized geschnitten. Also das ist halt der Schnitt. Das sieht immer so ein bisschen aus, als ob man so einen Buckel hätte wie Quasimodo. Aber nein, die ist so geschnitten. Ich finde, geschlossen, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, sieht die nicht ganz so hübsch aus. Aber halt für so drüber zu ziehen und für so einen richtig cool, lässigen Style, finde ich die halt schon irgendwie nice, muss ich gestehen. Also, das ist schon nicht so schlecht, dieses Jackenmodell. Ich wollte halt so eine unbedingt ganz gerne nochmal mit reinnehmen, weil es halt auch ein ganz anderer Stil ist. Es ist halt eher so dieser ein bisschen Rock-Chic-Style und ein bisschen edgy und so. Kann man halt auch zu komplett schwarzen Outfits sicherlich sehr, sehr cool kombinieren. Wobei es die Jacke auch in Silber gibt, aber ich finde, Silber-Weiß, aber ich finde, da sieht die nicht so hübsch aus auf den Bildern. Vielleicht in Real Life etwas hübscher, aber in Schwarz fand ich die dann tatsächlich echt am schönsten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die not bad. Also, so komplett halt auch dieses, dieses flauschige Fell. Boah, das ist halt so geil. Und dann stellt man hier sich den Kragen noch so hoch und dann macht man die zu. Und dann ist so, ist hier irgendwo ein Sturm? Also, ich höre davon mal gar nichts, ne? Ich bin dann mal in meiner Jacke so. Also, genau so fühlt sich das halt auch an. Also, man ist halt so wirklich so komplett so eingemummelt. Und, äh, ich finde die schon irgendwie nitze. So, meine Hübschen, seid ihr jetzt zufrieden? Habt ihr jetzt genug warme Jacken gesehen? Ich hoffe doch. Also, auf jeden Fall war das tatsächlich, denke ich mal, eine ganz gute Palette an richtig, richtig warmen, kuscheligen Winterjacken. Also, wie gesagt, macht euch da nicht so einen Riesenkopf. Ich habe auch nicht das absolute Geheimrezept, wie ihr in super dicken Winterjacken halt nicht noch voluminöser aussieht, weil es tatsächlich bei jeder Figur einfach der Fall ist, ja? Da müssen wir auch ein bisschen Abstriche mal zum Thema Fashion halt machen, wenn es einfach warm und gemütlich und, ja, so sein soll, dass wir halt uns nicht Deporbes abfrieren im Winter. Ich finde das aber persönlich überhaupt nicht schlimm. Ähm, das sage ich euch so, so oft. Mode und Outfits sind nie zu 1000% perfekt. Das müssen sie auch überhaupt gar nicht sein. Das sollte nicht der Anspruch sein. Es sollte euch einfach nur Spaß machen oder in dem Falle euch warm halten. Ich bin gespannt, in den Kommentaren zu lesen, welche der Jacken oder Mantelmodelle euch am besten gefallen hat. Vielleicht war wieder ein bisschen Shopping-Inspiration für euch dabei, dann tatsächlich auch mal etwas auszuprobieren. Und ich weiß gar nicht, wer es mein Favorit sein soll. Ich glaube tatsächlich irgendwie der karierte Mantel und tatsächlich der weiße Parka. Wobei die schwarze auch ziemlich geil ist. Also, ich kann mich gerade schon gar nicht entscheiden. Das ist halt alles sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ein unterschiedlicher Style. Aber das macht ja das dann auch aus, sage ich mal, dass man letztendlich mit Mode immer wieder etwas Neues kreieren kann. Dann kommen wir jetzt natürlich noch zum Kommentar des Tages. Und der ist heute von Bella Anna. Sie hatte auf meinen Loungewear Haul und mein Hausputz-Video kommentiert. Danke für dieses tolle Video. Ich liebe es. Dein Humor, die Schnitte vom Video, die Kleidung, die Hunde. You made my day. Okay, ganz, ganz lieben Dank und liebe Grüße an dich persönlich. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass euch auch dieses etwas andere Video einfach overall sehr viel Spaß gemacht hat. Denn das soll es am Ende des Tages ja auch sein. Ihr müsst nicht immer alles so ernst nehmen, okay? Es soll auch einfach mal nur ein bisschen Unterhaltung sein und Spaß sein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Da unbedingt einschalten. Da greife ich auch wieder ein Thema auf, das in der letzten Zeit einige sich gewünscht haben. Das also nicht verpassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bis zum nächsten Mal.